in diesem video möchte ich euch eine richtig gute methode zeigen wie ihr ganz schnell ep farmen können und eure waffen leveln könnt unter anderem könnt ihr auch sehr schnell tarnungen freischalten ihr braucht die versänger dafür leute und ihr müsst zu einem exfil punkt gehen es ist auch egal welcher exfil das ist und ich würde euch empfehlen die versänger auch einmal zu punchen wenn ihr dann an dem exfil seid dann geht hin aktiviert diesen und nun werden eine menge zombies spawnen hier könnt ihr jetzt sehr schnell eure waffen leveln beziehungsweise eure tarnungen auch freischalten wenn ihr auf borealis gehen wollt zum beispiel hier spawnen auch eine menge mangler die ihr töten könnt und ihr müsst jetzt einfach nur warten bis der heli kommt leute und in der zeit könnt ihr halt eure ganzen kids machen für die tarnungen ihr könnt natürlich auch doppel xp token rein machen damit ihr auch viel mehr xp bekommt je nachdem was sie machen wollt ob ihre waffen leveln wollt oder euer konto level und wenn der heli dann da ist leute müsst ihr warten bis der timer vom heli komplett abgelaufen ist also lasst euch zeit tötet noch die ganzen zombies die spawnen weil die spawnen wirklich eine menge zombies ihr wisst das ja alle selber und wenn der timer dann abgelaufen ist dann fliegt der heli hoch und jetzt müsst ihr gucken bis der heli komplett weg ist also bis ihr zumindest nicht mehr den propeller hört also schaut es euch an wie ich jetzt im video mache der heli fliegt weg ich lade die versänger und fliegt so weit wie möglich weg leute denn ihr müsst einen gewissen abstand zum expo wahren damit er dann gleich wieder direkt kommt also wie ihr seht der heli fliegt weg ich lade meine versänger ich fliege so weit wie möglich weg und sobald ihr jetzt hier gelandet seid dann schaut am besten oben links auf die zeit und jetzt müsst ihr zehn sekunden runter zählen und hier gibt es ein problem leute das ist manchmal so random ihr könnt das zwei dreimal pro exfil machen dann klappt das irgendwie nicht mehr aber es gibt mehrere exfil punkte wo ihr dann in ein spiel hin könnt und ihr könnt diese alle abklappern und es so offen machen wie es halt funktioniert pro exfil und wie ihr seht leute ich fliege jetzt wieder zurück und ihr werdet sehen dass da direkt wieder grüner rauch ist und ich den exfil helikopter wieder rufen kann so könnt ihr natürlich sehr viel xp farmen weil es von eine menge zombies macht eine menge kills und könnt auch dann dementsprechend auch sehr schnell eure tarnungen freischalten das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein leichter und schreibt mir die kommentare und wenn ihr in zukunft nichts mehr verpassen wollt dann lasst doch jetzt ein kostenloses abo da und aktiviert die glocke damit jemand auf den neuesten stand bleibt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video